ja und damit herzlich willkommen zurück zu gabel 2 ich nehme schon wieder so spät nachts auf meine geht es ist gerade ein uhr 22 nachts warum wie lange die aufnahme jetzt wird wir gehen wieder rein im zick zack schon das war der wo ich immer so ausweichen musste oder ja genau das war's für uns die springen jetzt auch schon wieder ein Weilchen her gucken ob ich das noch hinkriege da hat sie doch gut aus ich soll den Mund lieber nicht so voll nehmen weil sonst klappt es gleich nämlich doch wieder nicht ok ah zu früh gut ja gut gut Mist hepp jawoll komm schon erste Hälfte geschafft das lief schon mal ganz gut gut ah zu früh Mist Mist kommt schon ja ja jawoll Mist ah gut ok oh nein 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 bitte nicht jetzt noch nein es war so knapp es wäre so ein schöner Start in die Aufnahme gewesen sorry übrigens dass jetzt ein paar Tage lang keine Folgen kam ich kam einfach nicht mehr zum Aufnehmen neben der Arbeit das war einfach zu viel okay irgendwie sehen doch noch mal die Folgen aus schade ja versuch mal nochmal Mist der letzte hat mich dann doch noch erwischt Mist ok komm schon ok Auszeichen und runter komm 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 ja ok ok Mist ah das gibt es noch nicht hoffentlich ist jetzt wieder so eine Scheiße hier hat so gut angefangen ah lauf ich bin zu ungeduldig das merke ich immer wieder super oh ganz ruhig jetzt das gibt es nicht hüpp 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 Mist hüpp hüpp w haaah zu weit hoch gegangen glaube ich Mist ok das war scheißendet mich am Ende Ich habe mich irgendwie in Panik geraten. Einfach wieder rein. Ich will das jetzt schaffen. Das Level ist machbar. Ich war eben so knapp vom Ende. So. Mist. Das gibt es nicht. Da wollte ich clever sein, indem ich noch ausweiche. Und das klappt nicht. Der Hund ist auch ein Wunder, wenn das mit dem clever sein klappt. Ah. So. Gut. Zu früh, viel zu früh. Viel zu früh wieder. Was hat er denn gerade für Geräusch? Ich kann es doch auch irgendwoher hier. Weiß ich jetzt nicht mehr. Mist. Ja, das kann ich eigentlich schon wieder vergessen. Jetzt noch ohne Schaden durchzukommen wäre ein Wunder. Natürlich. Wow. Jo, wir sind hier auch im letzten Abschnitt. Von daher dürfen die Level jetzt auch ruhig was schwer sein. Das kann man denen verübeln. Mist. Ey. Ey. Okay. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Ey. 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 Soll es rausgehen. Mein Gott. Das wird nichts mehr sonst. Das wird immer schön ausweichen. Okay. Okay. Gut. Mist. Noch ein Tick zu früh. Tick zu spät. Tick zu früh. Okay. Boah, ey. Das geht's nicht. So viel Leben schon wieder verloren. Nein. Nein. So ein bisschen Sprit würde mir hier ganz gut tun. Das geht's nicht. Okay. Okay. Komm schon. Ja, 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 bitte, bitte, ja. Ich habe mich am Ende noch ein paar Mal erwischt, aber scheiß drauf. Alter. Boah, mach leise am Ohr, scheiß. Alter. Oh Gott, okay, das kommt mit dem Schwere. Wie brauche ich denn hierfür noch? Zwei. Vorsicht unter dir. Ich glaube, ich erinnere mich noch an das, wenn ich sehe schon, wo der ist. So. Einfach durch. Einfach durch. Komm schon. Alter, wie soll man den ausweichen? Den kann man doch gar nicht ausweichen. Obwohl doch hier am Rand. Nee. Das gibt's nicht. Oh, hier ist man eigentlich sicher. Ich habe auch kein Leben mehr. Ich muss noch zwei Stück kriegen. Ah, hätte fast geklappt. Oh, dafür, dass es ein schweres Level ist, hat das jetzt eigentlich ganz gut geklappt. Könnte ich hinkriegen. Ich muss noch mal ein besserer Start als eben. So, hier bin ich eigentlich ziemlich sicher. Weg hier, weg hier, weg hier. Weiter, komm. Komm schon weg. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Das hat aber mal besser geklappt. Weg, 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 weg. Ich darf wieder nicht getroffen werden. Weg. 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 Alter, das war aber doch eigentlich relativ einfach. Ich weiß nicht, dass ich mich oben gekommen bin. Dafür, dass das als schweres Level gilt und so kurz vorm Ende war, war das nochmal relativ einfach. Puh. Einen muss ich noch. Was haben wir nochmal hier? Plus. Oh Gott, nein. Ich erinnere mich. Die Folge hat ich sogar Plus genannt. Okay, wie mache ich das am besten? Ich bin wirklich am überlegen gerade. Ich nehme den zuerst. Ich bin wirklich am besten. Ich nehme den zuerst. Falsche Richtung. Hallo, hör auf zu schießen. Jetzt wird sie nochmal aufhören. Okay. Okay. Komm schon. Weg. Weg hier. Weg, 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 weg. Moment. So. Taktisches Vorgehen ist hier extrem wichtig, glaub ich. Ich glaub ich hätte gerade die ganze Zeit nichts gesagt. Sorry, wenn es gerade eine Zeit lang still war. Ich bin ja mal wirklich am Grübeln, wie ich das hinbekomme. Komm runter. Okay. So. Hm. Schon zuerst den hier. Natürlich genau in dem Moment. Ja komm, danke. Okay. 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 So. Ganz ruhig. Ich bin schon wieder ruhig geworden. schön über die Zeit drüber. Aber ein bisschen. So 70 Sekunden. Ich bin schon wieder ruhig geworden. Ich bin schon wieder ruhig geworden. Oh Gott, ich muss alle Level schaffen. wie viele sind das insgesamt noch? Nur sechs Zimboels lösen. Du musst noch sieben Bonus Zimboels lösen. Alter, ich muss alles lösen. Oh Gott, das wird nur ein langes Itsplay, glaub ich. Wow. Ui. Ich bin gerade über das Ding drüber gesprungen. Nein. Fuck ey. Dem Kleinen hier links kann ich gar nicht mit Drucken ausweichen. Ja, das hat gut geklappt. Ey, ich bin so ruhig gerade. Das ist wirklich unglaublich. Alter Schwede, aber jetzt wollen sie es wissen. So, jetzt sollen wir noch ein bisschen durchschöpfen, damit das hier ein bisschen schneller geht. Ich weiß gar nicht, was der hier alles verursachte. Alter. Ich muss warten. Die Verpanzersteuerung ist das eine Qual. Weg. Okay. Gut. Bonus-Zymbol. Da muss ich sowieso hin. Alles schaffen. Hier heißt die Devise am Leben bleiben. Schutzschild hält die ganze Zeit. Also gleich mal aktivieren und so viele Schüsse wie möglich abfangen. Viel Glück. Es war das glaube ich. Alter. 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 Aber es gilt als geschafft. Okay. Es gilt als geschafft. Scheiße. Okay, es gilt als geschafft. Scheiße. Sonst wäre das Logo nicht daneben. Aber schon jetzt durch, durch, durch. Jetzt überlebe ich das nicht. Okay. Aber es sollte eigentlich als Geschafft gelten. Das ist eine Bonus zum Booter. Ja, das Geld ist geschafft, sonst wäre das Logo nicht daneben. Oh, das ist gemein, dass ich für den Zugriff zum letzten Level alles andere schon geschafft haben muss. Anstatt dieses Level habe ich auch noch nie erreicht, dieses letzte Level. Mist. Komm, hop, hop, warten. 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 Hop, hop, hop. Wo ich da durch habe, wenn ich dieses Riesending bekomme. Ich habe auch mehr Leben überlebt. Ist gut. Alter Schwede! Alter, so schnell reagiert der gar nicht. alter schwede ich habe durch ein bisschen länger überlebt diesmal ich habe immer ans 11 kommen wir noch was sind 10,3 wenn ich das richtig sehe unten links ist nicht meine sichtbar gewesen okay geschafft okay das ging noch einigermaßen so war nebenbei ich spiele übrigens gerade noch offline also ohne aufnahme the last of us werde ich auch nicht aufnehmen aber ich finde es einfach saugeil spielt eigentlich sonst jemand von euch würde mich mal interessieren also wie gesagt ich finde es eines der unglaublich geilsten spieler bisher es macht richtig laune also allein schon der erste bereich ich will jetzt nicht spoilern deswegen verrate ich mal nicht was da passiert ist aber der erste bereich allein hat mich schon so fertig gemacht da wer der das spiel kennt schon gespielt hat weiß wovon ich rede wo er wollte das scheiß teil nicht was die jetzt geschafft das spiel ist verwacht so kann ich jetzt geschafft gelten jetzt haben wir los aber wie stimmt der weinen darf man es nicht aber was ist jemand der respektive ich glaube wenn man hier runter rollt wird rollt man eigentlich hoch und wenn man hochrollt rollt man eigentlich runter merkwürdig aber das geht wir müssen uns dann nicht zum boot geschafft wird also jetzt geschafft also ok scheiß drauf komm ich hier nicht lang da muss ich lang moment schau ich sehe es hier lang ja hier bin ich erstmal wieder safe obwohl doch da oben ist ein spike Scheiße. Hopp, okay. Boah, ey, das war eine knüpfige Stelle eigentlich gerade. Bin ich durch Zufall gerade noch durchgekommen. Okay. Ganz vorsichtig. Ja. Raus da. Okay. Ja, das war's. Ich habe nicht, wo die Teleporter-Plattformen da oben rechts einen hingeführt hat, wenn man da hochgepusht worden wäre. Ich denke mal ganz zum Anfang zurück. Das wäre aber verdammt gemein gewesen. Noch vier zum... Oh, in diesem Bereich habe ich übrigens alle Bonus-Zumboots, wie man unten links sieht, geschafft. Das heißt, hier sind keine mehr. Aber hier sind noch... Zwei Symbols mindestens, die ich schaffen muss. Hinter dem Kristall ist natürlich auch noch was verdeckt, aber ich muss einfach die anderen beiden schaffen, dann sehe ich sowieso unten links. Ob ich hier alle geschafft habe, sonst muss ich nämlich da... Obwohl, ne, oben links... Ganz links fehlt hier auch noch einer. Ach ja. Badabada. Ich weiß übrigens nicht, wie man dieses Level schaffen soll. есть, was ist das? Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie man hier hat. Wie ich weiß nicht, wie ich ja weiß. Ich versteh's echt nicht. So. Moment. Ich jetzt gerade mal nachdenke. Ich starte das nochmal neu.